Und damit willkommen zurück zu RetroLot. So, Wolkov und Gizkoi haben diesmal in dieser Mission zur Verfügung. Zwei Missionsziele, die wir schnell erledigt müssen. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Wo sind die Panzer? Wo sind die Panzer? Ja, der Raketenwerfer meint auch, eine halbe Stunde brauchen zu müssen. Missionsziel 1 erst erreicht. Zwei, eins. Nicht wundern, dass die Stimme von Wolkov ein bisschen anders ist, weil ich kenn die da auch irgendwo her. So, Gizkoi ist ein bisschen schneller. Was? Just like the old, just like the old days. Ganz schnell mitkommen. One by one. So, Gizkoi, du machst das mal den ganzen Vorbeidungskran. Ich hoffe, du schaffst das. Danke, danke, danke. 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 Der Trick hier, der funktioniert bedingt mit den Fässern. Wir machen mal mit Wolkov weiter. Sonnen, rennen, rennen und dein Leben. Los Wolkov. Wir zählen auf dich, nicht wundern, der hat einfach eine übel krasse Panzerung, das hilft. Wenn wir hinten drauf, dann ist die Müsse noch vorbei. Oh, wie schade. Haben wir Tonierblatt gemacht? Hm, tut mir aber gar nicht leid. Ach ja, so, was behalten? Nö. Dann bin ich versagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann!